Musik Ja, ich bin dann da raus und habe gedacht, okay, ich bewerbe mich jetzt für Sonderpädagogik und Englisch. Was möchte ich mein Leben lang machen? Und Herr Nölte hat mir da wirklich sehr geholfen. Man nimmt das einfach so als Schüler auch an, aber im Grunde genommen so wirklich bedankt mit dem Wort Danke, habe ich es glaube ich noch nicht gemacht. Damals war mir überhaupt nicht bewusst, dass diese Begegnung so wichtig für mich und für meinen Werdegang sein wird. Und ich glaube... Untertitelung. BR 2018